Es ist schlimm, wie viele Menschen im Krieg sterben und ihre Kinder. Sie flüchten zu uns und in andere Länder. Es ist so, wie ein kleiner Junge, der über sich erzählt. Ich bin noch klein, aber ich habe keine Eltern mehr. Ich habe Angst zu sterben, deswegen ziehe ich nicht zurück. Ich werde nie zurückkehren, so viel ihr mir auch sagt. Das wäre besser. Ich werde nie meine Eltern sehen. Und auch wenn ich zurückkehre, sehe ich sie nur tot. Aber das möchte ich gar nicht. So schrecklich auch Kinder leben. Sie wollen nicht zurück. singers das ist, Sie können noch nicht die Wissenschaften zu schützen. Es wird immer noch etwas ver points vidéos, Und das ist das yof,